Wir sind auf jeden Fall... Hallo, was machst du da? Bleib stehen! Tschüss! Alter, ich hab keine Energie mehr! Geh weg da! Ich hab auch geschlafen, ey! Alter, ich hab keine Energie mehr! Alter, ich hab kein Fell mehr, gar nichts mehr! Aua, 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 aua! Oh nein! Fuck, das war zu viel! Das war zu viel des Guten! Scheiße! Jaaa! Juhu! Juhu! Genau das! Was ich eigentlich vermeiden wollte! Das, die mich angreifen! Das wollte ich vermeiden! Ja, ich, 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 ich brauch eh keine Gesundheit! Nein! Wirklich nicht! Brauchst du wirklich nicht? Ich glaub dir das nicht! Jetzt ist nur die Frage, kenn ich die Höhle hier eigentlich? Oh, Kleingeld! Kleingeld! Dankeschön! So viel Kleingeld! Medizin! Was ist das? Kompass! Cool! Schokolade! War ich hier eigentlich schon mal? Mal gucken! Da unten bin ich jetzt! Interessant! Interessant! So, als erstes nehm ich ja mal eine Medizin! Hm! So! Was nix das? Schau ich mich mal ein bisschen um! Hier hab ich noch einen Passagier! Uiuiui! Ich glaub hier war ich noch nicht, weil sonst würde ich die Passagiere nicht finden! Und hier geht's auch nirgendwo weiter! Aber ich könnte hier rauf! Aber ich will eigentlich... Ehrlich gesagt will ich noch nicht rauf! Warte mal kurz! Wir sind hier! Hier geht's rauf! Wollen wir eigentlich schon rauf? Aber wir gehen mal kurz rauf und gucken mal wo wir hier sind! Wenn wir rauf gehen! Oh Scheiße! Wir sind in einem Dorf! Alter wie geil ist das! Wie geil! Da ist ein Dorf! Lol! Siehst du wie weit wir weg sind von zu Hause! Ach du Scheiße! Wo müssen wir denn hin? Wie? Wie? So rüber! Weiß ich gar nicht! Laufen wir mal kurz! Hier so ne! Ach du Kacke! Was denn das hier? Wollen wir mal eigentlich keine Stickies mehr? Ah! Vielleicht weil ich sie verbraten hab! Marigold! Steinchen! Marigold! Ja! Okay! Gut! Wir wollten ja! Wir wollten ja! Wir wollten ja ne kleine Tour machen! So! Jetzt gehen wir! Jetzt machen wir ne kleine Tour! Sind die giftig? Nein! Ich will sie nicht essen! Sind bestimmt giftig! Da ist übrigens unser Zuhause! Wir haben sie markiert! Sind ja gescheit! Aber mich ärgert's dass wir gestorben sind! Das ärgert mich so dermaßen Freunde! Ich kann's euch gar nicht sagen wie! Ah! Scheiße! Scheiß Effigies eh! Tschüss! Scheiß Effigies! Tschüss! Was ist das? Ja! Eine neue Pflanze! Cool! Ja! Man muss anscheinend auch ein bisschen weiter weg gehen! Von zuhause! Blau sind glaube ich die... Ist glaube ich die Höhle die ich schon erkundet habe oder irgendwas sowas! Oder? Ich weiß jetzt gar nicht! Aber auf jeden Fall da zu dem Dorf müssen wir noch gehen! Hier haben wir auch noch ne Höhle! Boah ey! Hier haben wir auch noch ne Höhle! Scheiße! Okay! Ich muss unbedingt nen Stickmarker hier machen! Stickmarker! Wo haben wir den? Hier! So! Zack! Höhle! 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 Ist... So komisch! So glaube ich oder? Ich glaube ja. Ja ja ja! Ist so! Guuut! Oh, was ist denn das? Ist ja wieder ein Dorf, ey. Alter Schwede. Warte mal kurz, ein Dorf markieren wir auch. Ein Dorf markieren wir auch. Und zwar mit Grün, oder? Oder? Ja, ein Dorf markieren wir Grün. Dörfer sind Grün. Medizin ist gut. Scheiße, Alter. Ähm. Das war jetzt zu genial. Ist da einfach mal ein Lizzy Lizard. Aber was mich... Oh, da hinten sind wieder Monster. Äh, sind wieder... So Leute. Da braucht man gar nicht. So Grün passt. Ich hoffe nicht, dass es von meinem fortkommt, ey. Was ist das hier? Oh. 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 Okay. Einfach mal... So ein Bettchen gefunden. Mitten im Wald. Okay. Auch nicht schlecht, ja. Warum nicht? Ah, wir kommen immer näher. Oh, scheiße, Freunde. Warum habe ich das nur... Oh, wir sind da. Wir sind zu Hause. Oh, schön. Eigentlich wieder zu Hause. Gut. Das ging jetzt relativ fix, muss ich sagen. Ja. Ich hätte mir schon gedacht, dass das ein bisschen noch länger dauert. Aber das ging jetzt fix. Gut. Ich brauche auf jeden Fall... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das brauche ich auf jeden Fall. Oh, die Rapid Foos. Bringen wir dir eigentlich irgendwas? Ja, ist wurscht. Ich ziehe es an. Ich muss unbedingt speichern. Ich weiß... Ja, wurscht. Ich bin zwar gestorben, aber ich muss unbedingt speichern. Und hier Medizin. Schaut jetzt auch ein bisschen anders aus. Gut, was habe ich denn hier sonst noch? Wir haben Energy Mix. Das braucht man nicht. Wir haben einen Lizard. den kann ich hier draufhängen. Zack. So, jetzt muss ich unbedingt gucken... was wir hier zerstört haben. Da. Ich verstehe nicht, warum ich manche Sachen reparieren kann. Manche Sachen nicht. Das verstehe ich einfach nicht. So, wie das hier zum Beispiel kann ich reparieren. Das hier zum Beispiel nicht, weil das braucht man nicht reparieren. Okay. Ja, warum nicht? Hier, da hinten ist grün. Geil. Ja, das sind Sachen, was wir noch erkunden müssen. Das finde ich schon gut. Das finde ich schon gut, dass wir das so gemacht haben. Okay, scheißen. Keine Leiche, gar nichts. Das ist hier als Dankeschön zurückgeblieben. Ja. Das ist nicht so toll. Habe ich mich ein bisschen doof angestellt oder ich weiß es nicht. Ja, ich habe keine Energie mehr gehabt und so weiter und so fort und aufgrund dessen habe ich... Wo? Wann? Wie? Was? Warum? Haben... Haben die jetzt bemerkt, dass ich nicht mehr da bin? Oder warum der laute Schrei? Äh... Hallo? Mami? Ähm... Hallo? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war und ich habe mega Angst ab jetzt. Oh Mensch, jetzt war ich gerade wieder so... so mutig. Und jetzt habe ich erst wieder Schiss teilweise. Oh, Menno. Nein, keine Angst haben. Es wird schon nichts passieren. So, wir brauchen noch einen Weg. Einen Steinweg. Von hier. So rüber. Nein, so. Genau. Leck mich am Arsch. Jetzt sind die wieder da, ey. Hier. Ja, leckt es mich am Arsch. Hier, so, hier. Ich will nicht schon wieder sterben. ... Ihr Glaube. Äh... äh... I do. Und... Vielen Dank.